Vielen Dank, dass du da bist. Sagst du uns kurz, wie du heisst und woher du kommst? Ich bin Angelika und wie man schnell hört, komme ich aus der Schweiz. Und vielleicht sage ich jetzt auch gerade meinen Beruf. Ich bin von Beruf Pfarrerin. Und seit wann beschäftigst du dich mit der Inka-Tradition? Vor sieben Jahren war ich mal schon da. Und seit da ist es immer noch sehr lebendig in meinem Alltag. Und was findest du gut an dieser Inka-Tradition? Was mir sehr gut gefällt, ist die Verbundenheit mit der Natur. Ich bin in den Bergen aufgewachsen und habe da immer schon so gedacht, diese Berge, die sprechen mich an. Und diese Reise auch wieder hat mich darin bestätigt, den Kontakt mit den Bergen, also wie eine Beziehung aufzubauen. Nicht nur zu den Bergen, zu allem. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, wie Juan Nunez und Ivan diese Reise auch leiten. Ihre Art, wie sie mit uns umgehen, es ist sehr stimmig, sehr verständlich und sehr fundiert auch. Also das Wissen von Juan, das schätze ich unheimlich. Und was bedeutet das für dich in deinem täglichen Leben? Ja, da gäbe es ganz viel zu sagen. Auch mal in meinem persönlichen Leben. Also mir hat das sehr viele gute neue Aspekte zu meinem Fundament, das im Christlichen ist, gegeben. Ich arbeite auch in einer psychologischen Beratung und da hilft es mir auch viel. So zum Beispiel eben das Nicht-Werten, sondern nehmen, wie es ist. Und so diese Arbeit, die Wahrnehmung auch über den Körper zu machen, also über den Costco. So die Leute, die mir begegnen, nicht nur mit Verstehen, mit Reden zu begegnen, sondern ganz. Also was ich sehr schätze, ist so, dass es eine Wahrnehmungsschulung ist und eine sehr umfassende Wahrnehmung. Und glaubst du, dass es da einen Konflikt geben könnte zwischen dem christlichen Glauben und der Tradition der Inkas? Ich sehe da keinen Konflikt. Und das lebt ja auch Juan auch sehr gut vor, dass er das so verbindet und erklärt es auch, wenn man so diese Stufen hochgeht, jetzt auf der vierten Stufe, was eine wichtige Entwicklungsstufe ist, ist man auch offen den verschiedenen Religionen gegenüber. Und mir hat es sehr viel geholfen, gewisse Sachen auch neu zu verstehen. Und wenn jetzt jemand ganz neu sich damit beschäftigen würde, mit der Thematik, was glaubst du kann es für Menschen erreichen, wenn man mit der Inka-Tradition arbeitet? Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich denke so, das Leben wird umfassender oder zusammenhängender. Also das war für mich auch sehr wichtig. All diese Bereiche im Leben, sei es Alltag, sei es Thema Wirtschaft, Politik und Spiritualität, das wird so ein Ganzes. Und eines der wichtigen Wörter, die Juan immer wieder sagt, ist Connect. Verbinde dich, verbinde dich mit dem, was um dich herum ist. Und in dieser Verbundenheit zu leben und zu wissen, wir sind nicht isoliert, sondern es ist eine unsichtbare Welt da, die man irgendwie fassen kann und beschreiben kann, das ist für mich sehr hilfreich und ermutigend. Klasse. Vielen Dank, Angelika. Vielen Dank.